Es gibt ja Spekulationen, dass wir im Oktober den GTA 6 Trailer sehen oder zumindest eine Ankündigung davon von dem Spiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert dann? Ich persönlich gehe davon aus, eine Ankündigung alleine würde schon echt alles verändern. Ich glaube, das würde Reaktionen hervorrufen, die das Internet bisher noch nicht gesehen hat. Wir erinnern uns ja alleine schon letztes Jahr im September die Leaks, da war ja schon richtig viel los. Und wir gucken mal drauf, Rockstar Games hat 7 Millionen Abos bei YouTube und wir gucken mal auf die beliebtesten Videos. Das natürlich mit Abstand beliebteste Video von Rockstar ist der GTA 5 Trailer von vor 11 Jahren. 89 Millionen Aufrufe, dann GTA 5 Official Gameplay Video, 39 Millionen und dann noch ein bisschen Red Dead. Mit 37 Millionen ist natürlich schon relativ viel, muss man sagen. Allerdings, wir gucken mal drauf, zum Beispiel jemand wie MrBeast mit einem Video, was 501 Millionen Aufrufe hat. Squid Game in Real Life. Das ist nochmal einiges mehr. Allerdings glaube ich, GTA 6 Trailer, wir werden locker 500 Millionen Aufrufe sehen. Locker. Locker. Es wird einfach überall nur noch von diesem Trailer, das ganze Internet wird davon handeln. YouTube, TikTok, Insta, Facebook, alles. Es wird sowas von eskalieren. Ich sehe jetzt schon meine TikTok for you Page, wie einfach überall nur Reaktionen sind auf diesen Trailer. Es wird verrückt. Also es ist ja, vor allem das Ding ist ja, wir wissen ja, der Trailer kommt. Wir wissen ja nur nicht, wann er kommt. Das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Und dann wird es sowas von eskalieren, wie wir das noch nie gesehen haben. Was denkt ihr, wann kommt der Trailer? Und dann ist ja natürlich die Frage, wie wird der Trailer aussehen? Denn 1 Minute 25 war der Trailer von GTA 5 und 1 Minute 9 war der Trailer von Red Dead 2. Ich bin wirklich sehr gespannt. Da werden sie wahrscheinlich ordentlich was rauskloppen, auch was so dieses ganze Cinematic angeht. Also die Aufbereitung davon. Ich kann es nicht erwarten. Für weitere GTA 6 News abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.